Sarah! 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 Du glaubst nicht, wen ich gerade getroffen habe! Den Großschachmeister Yusuf Atabayev! Verdammt! War ich das etwa? Sarah und ihre Blumen! Meine Güte! Wenn das Sarah sieht! Mannu! Ja, fegen! Immer nur fegen! Dafür bin ich ja schließlich da! Fürs fegen! Ich fege es jetzt schon seit über 10 Jahren! Die Rente reicht hinten und vorne nicht! Mannu! Das macht langsam keinen Spaß mehr! Aber die da oben, die da oben, die da oben, die machen ja eh was sie wollen! Ich krieg überhaupt keine Rette! Gar nichts! Jürgen! 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 Bist du fertig? Andreas hat das Schachspiel auch auf! Bist du fertig? Jetzt ja!